Moin Leute, ich habe hier das neue Welt-Vegan-Magazin. Und zwar sieht das so aus und ich hatte euch ja versprochen, dass ich Bescheid sage, wenn mein Artikel da drin ist. Und er ist da drin! Oh mein Gott, ich finde es so schön, wie die das gemacht haben mit den Bildern. Oh mein Gott, wie schön! Voll großartig! Diese Seite und die Seite. Ich verlinke euch mal eine Webseite, wo ihr gucken könnt, wo ihr das in eurer Nähe so kaufen könnt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt zum Artikel. Jo, freue mich voll! Das wollte ich nur kurz Grund geben. Tschüss!